Willkommen, mein Name ist Sadir. Hi, ich bin Sadir. Ich werde heute auf Deutsch-Englisch unterrichten. So, I will teach in English and German. And I will show you a great belly dance move with drops and a body wave inside. So, ich will euch eine schöne Tanzbewegung zeigen mit Drop-Drops, mit der Hüfte und einem Wave da drin, also einer Rolle nach oben. Okay, ich fange auch gleich an. Und zwar öffnet mal die Arme. Open your arms and just do it. Kick to the side. Kick and kick. Kick and kick. So, go on the side and to the side. Side and side. And change your balance. Wechselt euer Gewicht von einer zur anderen Seite. Ja, also macht nicht irgendwie so, sondern wechselt richtig euer Gewicht. Von einer zur anderen Seite. Wärzt eure Hüfte. Jetzt würdet ihr eine Schublade zuschlagen wollen. Ja, so seitlich. Zack. Richtig mit Hüfte, so ein bisschen mit Kraft. Und am Ende nicht durchstrecken. Darauf achten. Okay, so. Go on your right feet and left side is free. Go down, a bit in Plie. Seid ein bisschen gebeugt. Bauchtanz ist immer ein bisschen leicht gebeugt. So. Okay, and the left side is on tip. Now, left side is coming up and drop down. Ich tue den Drop mit der rechten Seite. Right, zack, 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 zack. Okay, Arme öffnen. Schön oben, Handrücken an Handrücken. Open your arms like this. Plie, beuge, up front side and drop and drop. Zweimal. Und geht so ein bisschen wie eine Wendetreppe nach hinten. Mit so einem Twist nach hinten. Zack, zack. So go down and down. Go a bit to the back like this. Ja, dumm, dumm. Ab, dumm, dumm. Ab, zack, zack. Ab and zack, 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 ab. The second one is with kick, with your feet. Also das zweite Mal, praktisch ab Drop Drop gemacht. Danach kommt diese Kickbewegung. Und bei dieser Kickbewegung darauf achten, schön stabil das Bein halten. Und nicht so rumflattern, sondern zack. Drop, drop, hoch und jetzt mit Fuß und dabei auch noch Drop nach unten. So drop and feet together. Dumm, dumm. Zack. Ja, dumm, dumm. Hoch, zack. Drop, drop und kick. Okay, dann stellt wieder das Bein auf, geht wieder in die Beuge, hebt euren Becken an, kommt nach vorne und rollt hoch und Brust am Ende anheben. So go and pliier, pelvis up, come to the front and make a body wave roll till your chest or your head. Schaut, von vorne sieht das so aus. Drop, drop und kick. Aufsetzen und hoch. Dumm, dumm, tack und hoch. Dumm, dumm, tack und hoch. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Thanks so much for watching. If you like my channel, just subscribe my channel or like my videos and see you on the next video.